Hi, ich bin die Lena, Mitgründerin von AirUp. Was die Heaven One für mich besonders macht, ist, dass sie sehr flexibel auf alle Situationen angewendet werden kann. Wenn ich wach werden will, dann kann ich mein Licht dementsprechend anpassen. Wenn ich in einem Videocall bin, dann kann ich dementsprechend mein Licht ausrichten, ohne dass ich jetzt irgendwie großes anderes Equipment brauche. Und ich kann mir warmes, weiches Licht machen, wenn ich eher so in Abend gemütlich Stimmung bin. Die Heaven One hat immer die richtige Lichtfunktion, nicht nur Farbtemperatur, sondern eben auch, weil sie in unterschiedliche Richtungen strahlen kann. Es ist dementsprechend deutlich dynamischer zu nutzen und es ist halt sehr hochwertig. Also ich habe schon auch so gerne so eine schöne Leuchte am Schreibtisch.